Am frühen Nachmittag ist die Anwältin mit dem ermittelnden Kriminalbeamten und Marlies Fichtner am Haus des mutmaßlichen Entführers verabredet. Simone Dahlmann ist als Erste vor Ort und wird plötzlich auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Hey, was soll das? Kannst du mir mal verraten, was das soll? Hier einfach die Scheiben einwerfen wollen? Hier wohnt eh niemand. Der Besitzer sitzt im Knast. Ja, und da willst du jetzt möglichst schnell auch hin, oder wie soll ich das verstehen? Außerdem ist Herr Reimer noch lange nicht verurteilt. Der ist ganz sicher schuldig. Der hat das Ganze schon mal gemacht. Mädchen entführt. Wie kommst du denn da drauf? Das wissen ja alle im Dorf. Ja, und wie soll das Mädchen heißen, was er entführt haben soll? Clara Schreiner. Die ist zwei Klassen über mir. Und wann hat diese Entführung angeblich stattgefunden? Vor einem Jahr. Wo finde ich denn diese Clara? Die ist an der Konstantinschule. Die hat heute Nachmittagsunterricht. Die müsste um 16 Uhr aushaben. Der Mann, der da jetzt gerade kommt, der ist Kommissar. Wenn du mir versprichst, dass du dich hier nicht mehr blicken lässt, dann lasse ich dich laufen. Sonst... Hallo. Hallo. Wer war denn der Junge? Irgend so ein lause Junge aus dem Dorf. Aber der hat mir gerade was Interessantes erzählt. Angeblich soll Herr Reimer vor einem Jahr schon mal eine junge Frau eingesperrt haben. Zumindest erzählen sich das die Dorfbewohner. Also, ich habe außer Adam nie jemanden auf dem Hof gesehen oder gehört. Ich höre das auch zum ersten Mal. Das ist sicher so ein Dorfklatsch. Ich würde darauf nichts geben. Ja, aber Sie wollen das doch jetzt nicht einfach ignorieren. Das Mädchen heißt Clara Schreiner und wohnt hier im Ort. Also schön, ich schicke einen Kollegen vorbei. Wollen wir jetzt reingehen? Sind Sie bereit? Ja. Oh, Entschuldigung. Alles okay. Ja, ich... Es ist nur... Ich ja die letzten zwei Jahre denke und die Gefangenschaft und... Das kommt gerade alles wieder hoch. Sie wollen, wir können das Ganze auch abbrechen. Nein, ich... Ich schaffe das schon. Angefasst hat Herr Reimer Sie nicht? Ich sagte Ihnen doch, er wollte nur jemanden zum Reden. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen seltsam. Jeder, den ich gefragt habe, hat mir bestätigt, dass Herr Reimer ein absoluter Einzelgänger ist. Und er selbst hat mir gesagt, dass ihm die Menschen eigentlich gestohlen bleiben können. Vielleicht war er einfach nur wählerisch, was seine Gesellschaft angeht. Außer... Wo haben Sie sich denn die letzten zwei Jahre aufgehalten, wenn Herr Reimer Sie ins Haus geholt hat? Da, hier. In der Küche. Ja, dann gehen wir doch da gleich mal rein. Oh. Oh. Entschuldigung, falsche Tür. Ich dachte, Sie hätten die letzten zwei Jahre vorwiegend in der Küche verbracht. Ich bin etwas durcheinander. Das ist nicht ganz einfach für mich. Ehrlich gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass die sich hier besonders gut auskennt? Haben Sie deshalb diese Begehung angeregt? Weil Sie beweisen wollen, dass Frau Fichtner lübt? Auch. Aber noch was ist seltsam. Angeblich hat sie die letzten zwei Jahre keine Tierprodukte zu sich genommen. Aber bei der Untersuchung konnte ein Vitamin B12 mangelig festgestellt werden. Ja, normalerweise hätte er auftreten müssen. Na, jetzt klammern Sie sich aber in Strohhalme. Ich verstehe ja, dass Sie Ihren Mandanten entlasten wollen. Aber das ist ja gerade so lächerlich im Gegensatz zu dem, was gegen ihn vorliegt. Hier. Das sind übrigens die Tabletten, von denen ich Ihnen schon erzählt habe. Na, was haben wir denn da? Ein Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin B12. Nach der Hausbegehung besucht Marlies ihre Stieftochter im Landgasthaus, in dem die Schülerin ihr Taschengeld aufbessert. Die 35-Jährige will Rebeccas Vertrauen zurückgewinnen. Was willst du denn hier? Ich möchte mit dir reden. Du siehst doch, dass ich arbeiten muss. Und wenn mein Chef sieht, dass ich mich hier privat unterhalte, kann ich mir gleich einen neuen Nebenjob suchen. Ich brauch doch nicht lang. Ich merk nur, wie feindseelig du mir gegenüber bist, seitdem ich wieder da bin. Ich würd gern wissen, warum. Warum? Du hast Nerven. Tauchst dir nach zwei Jahren einfach so auf und denkst, nichts sei passiert. Und dann beschuldigst du auch noch Papa, deine Entführung in Auftrag gegeben zu haben. Das hat mir doch der Entführer erzählt. Und zwar ziemlich überzeugend. Hätte ich das verschweigen sollen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Papa so etwas tun würde. Rebecca, die Fingerabdrücke deines Vaters waren auf dem Umschlag mit dem Geld. Wie sollen sie denn da hingekommen sein? Was weiß denn ich? Denk doch wenigstens mal darüber nach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Vater etwas Schlimmes getan hat. Und dass er jetzt dafür die Verantwortung übernehmen muss. Und wir beide. Wir leben jetzt wieder unter einem Dach. Zumindest erstmal. Da sollte man doch gut miteinander auskommen. Mein Handy. Ich muss jetzt auch mal weitermachen. Fichtner. Was? Ja. Was? Ja. Dann in der Sieboldstraße Ecke Forsterweg. Morgen 13 Uhr. Okay, tschüss. Was ist morgen um 13 Uhr? Ach, gar nichts. Ich hätte eigentlich morgen Vormittag einen Zahnarzttermin. Der wurde jetzt verschoben um zwei Stunden bei Dr. Meissner. Ähm. Aber ich will dich jetzt auch nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ich sehe ja, wie beschäftigt du bist. Wir sehen uns heute Abend, ja? Ja. Ich muss los. Tschüss, Süße. Malis Fichtner hier. Ich rufe nochmal wegen dem Arzttermin bei Dr. Meissner an. Der war doch morgen um 13 Uhr, oder? Kein Termin? Hm. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Danke. Wiederhören. Klara Schreiner? Hallo. Dahlmann. Ich bin Rechtsanwältin und in dem Entführungsfall tätig, in den Adam Reimer verwickelt sein soll. Haben Sie davon gehört? Ich habe gehört, dass Sie auch schon mal von Herrn Reimer gefangen gehalten wurden. Zumindest erzählt das Ihr Nachbar. Ich will echt nicht drüber sprechen. Bitte. Ihre Aussage ist wirklich wichtig. Wenn Sie nicht mit mir reden wollen, dann begleite ich Sie gerne zur Polizei. Ich verstehe sowieso nicht, warum Sie nicht schon damals Anzeige erstattet haben. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Hier. Meine Visitenkarte. Vielleicht überlegen Sie es sich mal. Das ist wirklich wichtig. Später besucht Simone Dahlmann ihren Mandanten noch einmal auf dem Polizeipräsidium. Die Anwältin hat für Stefan Fichtner alle Hebel in Bewegung gesetzt. Hallo. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie können erst mal nach Hause. Im Ernst jetzt? Ich habe mit dem Haftrichter gesprochen. Aufgrund Ihrer familiären Bindung besteht keine Fluchtgefahr mehr. Sie dürfen gehen. Jetzt müssen Sie mich zweimal sagen Danke. Aber eine Frage habe ich noch. Ich habe mit Ihrer Tochter gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie ihre Frau vor zwei Jahren mit einem anderen Mann beobachtet hat. Ja. Sie meinen den, mit dem Marlies angeblich rumgekünscht haben soll? Das ist doch nie passiert. Rebecca wollte Marlies damals eine reinwürgen, weil sie nicht bei ihrem damaligen Freund übernachten durfte. Aber dafür habe ich mich nicht benutzen lassen. Ich habe mir auch die damalige Ermittlungsakte mal angesehen. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass es seinerzeit einen Verdächtigen gab. Friedrich Pussel. Ja, aber das war ein Irrtum. Trotzdem. Das hätten Sie mir doch sagen müssen. Ja, ich weiß. Ja, weil ich wollte es irgendwie verdrängen. Ja, ich habe ihn damals beschuldigt, wie sich herausgestellt hat, zu Unrecht. Weil er halt meiner Frau nachgestellt hat. Nachgestellt? War das etwa ein Ex Ihrer Frau? Nein, nein. Vor ihrem Verschwinden hat sie als Verkäuferin gearbeitet. Er war halt ein Kunde von ihr und hat wahrscheinlich gedacht, sie flirtet mit ihm oder was weiß ich. Ja, und seitdem hat er sich nicht mehr in Ruhe gelassen. Selbst dann nicht, als ich ihn Prügel angedroht habe. Dann ist mir auch klar, warum er damals für die Polizei als Hauptverdächtiger galt. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Aber wozu? Ich meine, Marlis ist frei. Pussel ist offensichtlich unschuldig, zumindest was die Entführung angeht. Trotzdem. Ich würde mir gerne seine Version der Ereignisse anhören. Wenn Sie meinen. In der Akte habe ich noch was gefunden. Da steht, dass zwei Monate nach dem Verschwinden von ihrer Frau sich ans Zeuge gemeldet hat, die ihre Frau angeblich in Schweden gesehen haben will. Ja, das stimmt. Ich habe sogar da ein bisschen Hoffnung geschöpft. Und bin tatsächlich auch selber nach Schweden geflogen, um sie zu suchen. Aber hey. Ohne Erfolg. Ich habe versucht, diesen Zeugen zu kontaktieren, aber bisher leider ohne Erfolg. Entschuldigung. Dahlmann? Hallo, hier ist Clara. Clara Schreiner. Hallo, Frau Schreiner. Schön, dass Sie anrufen. Ich will wirklich nicht, dass ein Unschuldiger verurteilt wird. Und deshalb möchte ich jetzt doch ganz gerne mit der Polizei sprechen. Das freut mich wirklich. Ja, aber mein Vater darf auf gar keinen Fall was erfahren. Und ich möchte, dass Sie dabei sind. Versprochen. Von mir wird das bestimmt nicht erfahren. Wann sollen wir uns denn treffen? Geht's morgen vielleicht so um 8.30 Uhr? Ich habe nämlich Freistunde. Und dann muss ich erst um 9.15 Uhr zur Schule. Ja, sicher. Dann treffen wir uns doch vor dem Kommissariat. Nein, ich will wirklich nicht, dass mich jemand sieht. Dann treffen wir uns doch vor Ihrer Berufsschule. Sagen wir um halb neun. Dann gebe ich Kommissar Reuter noch Bescheid. Ja. Ja. Okay. Danke, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Das war Clara Schreiner. Angeblich ist sie vor einem Jahr auch von Adam Reimer auf dem Hof gefangen gehalten worden. Was? Und wenn das so war, dann müsste sie eigentlich mitbekommen haben, dass ihre Frau zur selben Zeit auch da war. Ihre Aussage ist also immens wichtig für uns. Als die Anwältin am nächsten Morgen zur verabredeten Zeit am Treffpunkt wartet, hofft sie, dass Clara Schreiner nicht doch im letzten Moment einen Rückzieher macht. Hallo Frau Schreiner. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ich dachte schon, Sie kommen gar nicht mehr. Kommissar Reuter ist hoffentlich auch bald da. Frau Dahlmann, ich muss Ihnen vorher noch was sagen. Es stimmt, dass ich letztes Jahr bei Adam war. Wie sind Sie freigekommen? Und warum haben Sie keine Anzeige erstattet? Naja, weil mich Adam nicht festgehalten hat. Ich war ja freiwillig bei Ihnen. Wie bitte? Da kommt Kommissar Reuter. Das wird ihn sicherlich auch interessieren. Tag, Frau Dahlmann. Entschuldigen Sie die Verspätung. Stadtverkehr. Hallo, Sie kommen genau rechtzeitig. Erzählen Sie bitte weiter. Ja, also, letztes Jahr habe ich mich total mit meinem Vater gestritten. Und naja, dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und dann habe ich mich bei Adam in der Scheune versteckt. Und am nächsten Tag hat er mich entdeckt. Und naja, er hat mir sofort einen Platz im Gästezimmer angeboten. Wie lange waren Sie bei ihm? Nicht besonders lange. Vielleicht vier Tage. Aber er war super nett und hat sich super um mich gekümmert. Ganz anders wie alles haben. Woher kommen dann die Gerüchte, dass er Sie angeblich festgehalten haben? Naja, die kommen von meinem Vater. Mein Nachbar hat mich im Garten gesehen und natürlich sofort meinen Vater angerufen. Und mein Vater hatte Angst vor unserem guten Ruf. Wann war das genau? So, letztes Jahr im Mai. Also, ein Jahr nach dem Verschwinden von Marlies Fichtner. Sie müsste also da schon da gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall niemanden gesehen. Könnte sich ja vorher ihm versteckt haben. Naja, aber das hätte ich doch gemerkt. Sie hatten also im ganzen Haus freien Zugang? Ja, eigentlich schon. Naja, bis auf den Schuppen. Hat er das begründet? Naja, er meinte, da sei das Licht ausgefallen. Friedrich, sag mal, spinnst du? Was willst du von mir? Wegen dir hatte ich die schlimmsten zwei Jahre meines Lebens. Alle dachten, dass ich dich entführt habe. Hallo, ich wurde entführt und saß die letzten zwei Jahre in Gefangenschaft. Was hast du denn zu bieten? Ich habe meinen Job verloren. Meine Freunde haben sich von mir abgewandt. Und das alles nur, weil dein toller Ehemann mich bei der Polizei angeschwärzt hat. Ach, geh weg. Lass mich in Ruhe. Was willst du? Eine Entschädigung für mein verfuschtes Leben. Ach, dein Leben hast du dir schön selber verfuscht. Warum hast du mich nicht in Ruhe gelassen? Erst machst du mir schöne Augen, dann lässt du mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich habe gesehen, dass du freiwillig in das Auto gestiegen bist. Von wegen Entführung. Wenn du dich erinnerst, es hat geregnet, ja? Adam Reimer hat mich mitgenommen. Der schicke Sportwagen hat er nicht dem Bauern-Tölpe gehört. Was denn für ein Sportwagen? Sag mal, willst du mir jetzt eins auswischen, indem du mich hier als unglaubwürdig darstellst? Damit kommst du nicht durch. Ich sag die Wahrheit und das weißt du. Die Wahrheit, ja. Warum hast du dann die Wahrheit nicht der Polizei gesagt? Das habe ich. Aber die haben natürlich gedacht, ich rede Müll. Die dachten ja, dass ich dich entführt habe. Ach, lass mich in Ruhe. Ja, renn nur weg. Wir sehen uns noch. Die Begegnung mit ihrem ehemaligen Verehrer hat Marlies Fichtner sehr aufgewühlt. Als die 35-Jährige wenig später nach Hause kommt, läuft sie der Anwältin ihres Mannes in die Arme. Frau Fichtner, hallo. Oh mein Gott. Da sind Sie ja, ich habe gerade vergeblich bei Ihnen geklingelt. Frau Dahmer, Gott sei Dank. Ja. Was ist denn los? Sie sind ja ganz aufgeregt. Ich bin gerade einem alten Verehrer über den Weg gelaufen. Aber nicht etwa Friedrich Pussel? Sie wissen von Pussel? Ich habe die alte Ermittlungsakte gelesen. Hat er Sie wieder bedroht? Ja. Er gibt mir die Schuld an seinem verfuschten Leben und will sich jetzt rächen. Was wollte der denn damals von Ihnen? Er war Kunde in der Drogerie, in der ich damals gearbeitet habe. Ja, und er wollte ständig mit mir auf ein Date gehen. So, und ich habe ihm gesagt, nein, ich bin verheiratet. Das war ihm völlig egal. Und dann hat er mir aufgelauert vor der Arbeit. Und am Ende war es so schlimm, dass er mir bis nach Hause gefolgt ist. Sie müssen die Polizei darüber informieren, dass er Sie wieder bedroht. Ja, die können doch eh wieder nichts machen. Ich meine, er hat mir ja nichts getan. Noch nicht. Aber der wird mich nicht in Ruhe lassen. Ich meine, der ist bestimmt schon auf dem Weg hierher. In diesem Fall könnte man seine Besessenheit vielleicht sogar zu ihrem Vorteil nutzen. Ich habe da schon so eine Idee. Die Rechtsanwältin rechnet fest damit, dass Friedrich Pussel der Frau ihres Mandanten auch jetzt wieder nachstellen wird. Als der 41-Jährige tatsächlich eine Stunde später am Haus der Fichtners auftaucht und nach Marlies Ausschau hält, hat Simone Dallmann längst Kriminalhauptkommissar Bernd Reuter verständigt und liegt mit dem Beamten auf der Lauer. Herr Pussel, was machen Sie denn da? Machen Sie gerade da weiter, wo Sie nach dem Verschwinden von Frau Fichtner aufgehört haben? Womit aufgehört? Tun Sie doch nicht so. Sie haben Sie in der Drogerie kennengelernt, in der sie gearbeitet hat. Und dann haben Sie ihr nachgestellt. Stimmt das etwa nicht? Nein, auf einer U30-Party habe ich Sie kennengelernt. Die hat mich angetanzt und anschließend schamlos abgeschleppt. Das habe ich Ihren Kollegen damals auch schon erzählt. Aber die wollten ja nichts davon hören. Sie hat Sie abgeschleppt? Und dann? Wir hatten eine heiße Nacht. Und anschließend wollte sie nichts mehr von mir wissen. Und deshalb haben Sie ihr nachgestellt. Aber Sie wussten doch, dass Sie verheiratet ist. Mir hat sie erzählt, sie hat die Nase voll von ihrem Mann. Und dass sie am liebsten durchbrennen würde, wenn sie das Geld dafür hätte. Hat Ihnen Ihr Mandant das nicht erzählt? Wollen Sie etwa sagen, Herr Fichtner wusste davon? Ich habe es ihm doch selbst erzählt. Weil ich dachte, wenn er das hört, dann schießt er sie vielleicht in den Wind. Was er aber nicht getan hat. Stattdessen kam er auf eine andere Idee, nämlich Sie entführen zu lassen. Das sind doch reine Mutmaßungen. Ziehen Sie bitte keine voreiligen Schlüsse. Das muss ich gar nicht. Die Kette an Beweisen gegen Ihren Mandanten wird immer länger. Ich schlage vor, wir gehen jetzt mal rein und reden mit Frau Fichtner. Mal sehen, was Sie dazu zu sagen hat. Da wäre ich gern dabei. Sie sind gerade dabei, sich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch einzufangen. Also. Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe von Frau Fichtner sehe, dann setze ich die Anzeige persönlich auf. So, und jetzt hauen Sie ab. Ja, ist ja gut. Sie müssen die Wahrheit sagen. Egal, wie unangenehm das für Sie ist. Es geht vor allem auch darum, ob Ihr Mann ein Motiv hatte, Sie entführen zu lassen. Jetzt beeinflussen Sie die Frau doch bitte nicht so. Na gut. Also ja, was Friedrich sagt, stimmt. Sie haben Puzzle auf dieser Party kennengelernt und haben dann die Nacht mit ihm verbracht? Ich war zu der Zeit einfach etwas gelangweilt und hatte Lust auf ein Abenteuer. Aber ich habe Stefan immer geliebt. Ihr Mann hat von dem Seitensprung erfahren. Puzzle hat es ihm erzählt. Ist Ihnen das klar? Nein. Aber, aber jetzt ergibt das alles einen Sinn. Also, deshalb hat er Adam das Geld gegeben, um mich zu entführen. Ach, hallo. Hallo, Rebecca. Schon zu Hause? Sport ist ausgefallen. Hast du nicht gleich den Arzttermin? Ach ja, ich muss mich jetzt auch gleich fertig machen. Ja, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Ich bringe Sie noch kurz zur Tür. Du lieber, ich komme gleich nach. Ich komme nur noch kurz. Da, Mann. Ach, hallo, Herr Krumm. Schön, dass Sie zurückrufen. Ja, ich wollte Sie fragen, ob wir uns vielleicht treffen können und über Ihren Urlaub in Schweden sprechen können. Ja. Ja, als Sie die Frau gesehen haben. Rebecca weiß ganz genau, dass der Zahnarzttermin ihrer Stiefmutter eine Lüge ist. Also folgt sie Marlies heimlich und entdeckt sie mit einem fremden Mann. Geistesgegenwärtig zückt die 16-Jährige ihr Handy, um damit ein paar Beweisfotos zu schießen. Dabei wird sie jedoch entdeckt. Scheiße. Auf dem Polizeipräsidium ist inzwischen der Zeuge eingetroffen, der damals die entführte Marlies in Schweden gesehen haben will. Ja, da rein. Hallo. Hallo, Herr Krumm. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kein Problem. Sie haben damals behauptet, die Vermisste in Schweden gesehen zu haben. Richtig, in Südschweden auf der Insel Gotland. Ich besitze dort ein Ferienhaus. Und ich habe gleich gewusst, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Und ich wusste auch, woher. Es war ja wochenlang in allen Zeitungen. Wie gut haben Sie sie denn erkannt? Ich meine, sah sie ihr nur ähnlich? Ich kannte sie ja nur vom Bild her. Und in der Bar war es ziemlich schummrig. Aber die Ähnlichkeit, die war wirklich sehr verblüffend. War Sie da alleine? Nein, ein Mann war mit dabei. Ziemlich groß, gut aussehend. Frauentyp. Sie haben sich aber erst nach Ihrer Rückkehr bei der Polizei gemeldet. Ich war mir ja auch nicht ganz sicher. Und außerdem hatte ich nicht das Gefühl, dass der damalige Kollege meine Aussage ernst nimmt. Entschuldigung. Da, Mann. Hier ist Rebecca Fichtner. Können wir uns treffen? Ich muss Ihnen dringend was zeigen. Sehr gerne. Sagen wir in einer halben Stunde bei Ihnen zu Hause? Okay. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, bis später. Gib mir das Handy. Hilfe. Hilfe. Rebecca sitzt der Schrecken noch in allen Gliedern, als sie eine halbe Stunde später nach Hause kommt. Hallo, was ist los? Du bist ja ganz außer Atem. Ich bin gerade überfallen worden. Was? Der Kerl hat mich mit einem Messer bedroht. Er wollte, dass ich ihm mein Handy gebe. Wir müssen sofort zur Polizei. Kannst du den Mann beschreiben? Nee, der war maskiert. Aber das war bestimmt derselbe, mit dem sich Marlies in der Stadt getroffen hat. Der hat nämlich gesehen, dass ich ihn fotografiert habe. Moment nochmal von vorne. Deine Mutter hat sich in der Stadt mit einem Mann getroffen. Woher weißt du das? Weil ich ihr nachgeschlichen bin. Ich war mir sicher, dass sie mir etwas verheimlicht. Gestern hat sie behauptet, sie hätte einen Arzttermin. Das war aber gelogen. Ich habe bei dem Arzt angerufen. Nochmal zu dem Mann. Kennst du den? Nee, leider nicht. Aber wie gesagt, ich habe ihn fotografiert. Was ihm offensichtlich überhaupt nicht gepasst hat. Aber das Foto befindet sich auf dem gestohlenen Handy. Auch. Was heißt auch? Naja, also, wenn ich mit meinem Handy Fotos oder Videos mache, wird das dann automatisch an mein Tablet geschickt. Den kenne ich. Die Anwältin lässt sich das Tablet geben und fährt damit direkt zum Präsidium, wo sie den Kommissar und ihren Mandanten trifft. Ja, aber das ist doch dieser Herr Frank. Der, der dem Reimer das Angebot für seinen Hof gemacht hat. Es ist auch derselbe, den der Zeuge Herr Krumm zusammen mit Marlies Fichtner in Schweden gesehen haben will. Komischer Zufall. Gar kein Zufall. Thomas Frank war kurz vor der Befreiung von Marlies Fichtner bei Adam Reimer. Angeblich, um mit ihm über den Kauf des Hofs zu sprechen. Sie meinen, das war nur ein Vorwand? Ich glaube, er hat den Moment genutzt, in dem Adam Reimer mit den Stadtwerken telefoniert hat, um das Geld im Schlafzimmer zu verstecken. Das Geld, das er angeblich von Fichtner für die Entführung seiner Frau bekommen hat. Und Marlies Fichtner? Die war am anderen Ende der Leitung. Damit die Polizei später denkt, dass Fichtner und Reimer Kontakt hatten und hat sich als Mitarbeiterin der Stadtwerke ausgegeben. Den Anruf hat sie von zu Hause aus getätigt, als ihre Stieftochter in der Schule war und ihr Mann bei der Arbeit. Sie wurde also gar nicht entführt? Den Verdacht hatte ich schon bei der Ortsbegehung. Ich meine, die Frau kannte sich ja gar nicht aus in dem Haus, in dem sie angeblich zwei Jahre lang gefangen wurde. Und dann noch die Aussage von dem Zeugen, der sie in Schweden gesehen haben will. Alle Achtung. Ich war mir lange nicht sicher, wie sich das alles zusammenfügt. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass sie damals mit diesem Thomas Frank durchgebrannt ist und die letzten zwei Jahre in Schweden verbracht hat. Aber warum ist sie zurückgekommen? Hat diesen Reimer angeklagt und auch noch ihren Mann? Das fragen wir sie am besten selbst. Während sich die Anwältin mit ihrem Mandanten und Kriminalhauptkommissar Bernd Reuter auf den Weg zum Haus der Fichtners macht, schwebt Marlies bereits in Lebensgefahr. Hast du mich erschreckt? Was willst du denn hier? Wenn dich jemand sieht, hast du wenigstens das Handy. Trotzdem, muss man damit rechnen, dass deine Stiefdochter zur Polizei geht. Mist, die wollen doch dann bestimmt wissen, wer der Typ war, mit dem ich mich da getroffen habe. Was sage ich denn dann? Thomas! Sie ist doch kein Kreuzvollhör durch. Ich hätte dich dann nie mit reinziehen dürfen. Waffe runter! Waffe runter! Held, Herr Figurik! Hallo! Gott sei Dank sind sie da. Der wollte mich umbringen. Und das, wo sie doch zwei Jahre gemeinsam in Schweden waren. Was? Ich kenne den Mann nicht. Komisch. Ihre Stieftochter hat sie doch gemeinsam mit ihm in der Stadt gesehen. Sie hat sogar ein Foto gemacht. Schauen Sie mal. Und ich dachte eine Zeit lang, du wärst wie eine Mutter für mich. Rebecca, Süße, das ist ein Missverständnis. Du bist das Missverständnis. Und das Schlimmste, was mir nie passiert ist. Das war doch alles deine Idee. Du hast mich doch angefläht, mit nach Schweden zu kommen. Komm, wir gehen nach drinnen. Wir haben ja nichts mehr verloren. Stefan! Was soll das? Du kannst mich doch jetzt hier nicht im Stich lassen. Und warum sind Sie dann nach zwei Jahren aus Schweden zurückgekehrt? Nach zwei Jahren? Ich war nach einem halben Jahr wieder hier. Wir hatten uns getrennt. Marlies ist in Schweden geblieben. Ja, ich wusste halt nicht, wie ich das erklären sollte. Ich konnte ja nicht zurück. Wie hätte das denn ausgesehen? Aber alles andere, alles andere war wirklich seine Idee. Er taucht plötzlich bei mir auf. Er erzählt mir, er will diesen Hof für sein Hotel kaufen. Ja, und Adam wollte nicht verkaufen. Deshalb haben Sie sich auf Herrn Reimer fokussiert. Immerhin lebte der allein und zurückgezogen. Da war es leicht, ihm so eine vermeintliche Entführung in die Schuhe zu schieben. Und für Sie war es die perfekte Gelegenheit, wieder aus der Versenkung aufzutauchen. Zu Ihrem Alten wollte Sie nichts zurück. Zum Haus, zum Hof, zum Geld, ja. Deshalb haben Sie ihn beschuldigt, die Entführung in Auftrag gegeben zu haben. Ich hätte mich da nicht drauf einlassen sollen, dann wäre alles glatt gegangen. Sie haben wirklich an alles gedacht. Sogar an die Vitamin B12-Tabletten. Die hatten Sie doch in Ihrer Handtasche, als wir uns gemeinsam beim Hof getroffen haben, um sie uns dann präsentieren zu können. Aber da, wo Sie beide jetzt hinkommen, da werden Sie die gut gebrauchen können. Das Essen soll da nicht so toll sein. Mein Mandant ist damit vollständig entlastet. Genau wie der vermeintliche Entführer Adam Reimer. Die beiden sind Opfer eines üblen Komplotts geworden. Marlies Fichtner und Thomas Frank werden sich wegen falscher Verdächtigung und Vortauschens einer Straftat vor Gericht zu verantworten haben. Thomas Frank hat sich zudem wegen versuchten Mordes, räuberischer Erpressung und unerlaubten Führens von Schusswaffen strafbar gemacht. Ihm drohen mindestens drei Jahre Gefängnis. Marlies Fichtner wird vermutlich mit einer Geldstrafe oder einer Bewährungsstrafe davon kommen. Die Ehe der Fichtners ist am Ende. Da bleibt nur noch die Scheidung. Aber in diesem Fall kann man den Ehemann ja fast nur dazu beglückwünschen.